Es ist kein Problem, der Knie hat. Die Knie hat gewonnen. Das ist... Das ist... Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal zu Dragonball Legends. Auf Facebook wurde heute eine neue Ankündigung gemacht. Wir kriegen wie ich schon vorausgesagt habe einen zweiten Part Reveals in Stuff. Und als das rauskam ist erstmal im Discord abgegangen, Boah, jetzt machen die noch einen Banner. Ich habe schon so viel Zeitkristalle ausgegeben. Und wenn er jetzt noch irgendwie einen LFDs oder das ankündigt, ich kann euch schon beruhigen, es wird sowieso nur ein All-Star-Banner. Also was sie da auf jeden Fall zeigen werden, ist die neue Form von Charlotte, bin ich mir ganz sicher, beziehungsweise den Blue, denke ich mal einfach. Dann wird wahrscheinlich halt das All-Star-Banner gezeigt werden, beziehungsweise die beiden Charaktere daraus. Das ist halt jetzt der Zeitraum, wo letztes Jahr Picon und Superkaiogoku rauskamen. Also das war jetzt auch nicht gerade der Kracher. Ich kann euch wie immer nur empfehlen, macht halt nur 20er Beschwörung. Wenn ihr einen Tipp von mir hören wollt, was es werden wird, aber by the way, verlinke ich mal hier oben in der Infobox. Ich hoffe, das geht schon. Ich werde natürlich Livestream zu dem Zeitpunkt, der Livestream ist auch schon angekündigt. Also einfach mal drauf gehen, liken und sich schon vormerken oder so. Mein Tipp wäre, es könnten vielleicht noch ein paar GT-Charaktere kommen. Nicht, dass wir die jetzt unbedingt brauchen würden, aber vielleicht, dass sie sich mit anderen Tags überschneiden, wie zum Beispiel Regen oder sonst was. Ich wäre halt immer noch für einen Oop oder Super-Oop. Den haben wir halt noch gar nicht in irgendeiner Form im Spiel. Das wäre ganz cool. Ähm, was könnte noch kommen? Turnier der Kraft-Stuff könnte natürlich kommen, weil, ich sag mal, selbst wenn wir keinen LF kriegen, wir haben ja letztes Jahr auch kurz darauf halt den Future Goku und den Future Vegeta gekriegt. Warum nicht ein 20-facher Blue Kaioken Goku und ein Vegeta halt? Neuer, könnte ich mir vorstellen. Es könnte auch ein Super Saiyajin 2 Kaba sein, wäre auch möglich. Super Saiyajin 2 Caulifla hatten wir schon. Vielleicht die Slim-Kale wäre auch eine Möglichkeit. Wäre halt nochmal ein Stuff für, ähm, Girls und halt, ja, anderes Universum, beziehungsweise, ähm, Turnier der Kraft. Das wären auf jeden Fall Sachen. Sind jetzt aber nur reine Vermutungen. Also ich habe dafür keine Beweise oder Heinz oder sonst was gesehen. Ähm, deswegen nur von meiner Seite aus ein bisschen Spekulation an der Stelle. Und ja, wir kriegen halt wieder eine ganze Menge Gelaber von den Community-Manager. Ihr könnt davon ausgehen. Wir werden halt eine halbe Stunde wieder Labarababa haben. Und wie toll doch die Community und was da so gesagt wird. Und natürlich werden nur wieder die Cherries rausgepickt, um da was zu sagen. Und nicht die wirklich kritischen Sachen, wo halt mal auf die Mechaniken und Co. eingegangen wird. So wie ich das halt immer wieder mache. Äh, so, sondern nur so, oh Toshi, die, äh, Animation war voll toll. Oder, oh Toshi, wann kommt der nächste Ultra? Ich wette, so eine Scheiße wird da kommen. Ähm, ja. Ich sag mal so, ich persönlich finde diese beiden Community-Managerin absolut unnütze. Weil was machen sie denn bitte? Sie posten halt irgendwelche komischen Bilder auf Instagram und sonstiges, wo ich mir denke, yo, dafür kannst du sogar einen Bot erstellen, der so eine Scheiße postet. Also, wofür hast du dafür zwei Managerinnen, die nicht mal auf Kommentare oder sonst was eingehen? Also, bitte, so, wie, also vielleicht sind die auch nur Fake, ich weiß es nicht. Ja, ich werde, wie gesagt, am 22. um, äh, ich denke mal, ich starte ab 13.45 Uhr oder 13.50 Uhr oder so, Livestream. Ich würde mich freuen, wenn jeder von euch dabei ist, weil da sind immer nur leider so 40 Leute von 800 Abonnenten, ein bisschen wenig. Ich hoffe, ihr kommt auf jeden Fall da rein und ich, ähm, würde mir auch wünschen, dass ihr in den Discord kommt. Aber, bleibt freundlich, ich musste in den letzten Tagen verdammt viele aus dem Discord bannen, weil die einfach willkürlich angefangen haben zu beleidigen. Also, bitte freundlich bleiben und respektvoll, dann kann auch nichts passieren. Das war's von meiner Seite aus, ähm, ihr könnt mir mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr so für Charaktere erwartet. Ich sag, bis dann und ciao. Bis zum nächsten Mal.